So ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Kanal Info, Stream Info. Heute am Freitag am 20.30 Uhr starten wir einen neuen Stream und ihr könnt mitentscheiden was wir heute sehen. Zur Auswahl stehen Kanga, der Kolonie-Gott Simulator. Dann haben wir ein sehvolles Protokoll. Das ist das Zombie RTS. Ich habe beide Titel die Woche im Kanal vorgestellt. Und als dritte Auswahl hätten wir noch einen Überraschungstitel. Das wäre der 4X Titel, den ich euch schon angepriesen habe vor zwei Wochen und auch letzte Woche. Ja, auch ein Indie-Titel, der in der Produktion ist, ein 4X Strategiespiel im Weltall. Ist auch was ganz Eigenes. Eine coole Optik. Die Kämpfe sind in 3D. Die Galaxis Map hat auch eine eigene Optik. Also das würde ich euch definitiv gerne mal zeigen. Ihr könnt es euch selbst aussuchen, was wir heute Abend streamen. Und schreibt es einfach in die Kommentare. Die Zahl von 1 bis 3. Und ich werde das dann auswerten und dann sehen wir, was heute kommt. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich auf jeden, der abends reinschaut. Und ihr könnt auch gerne später die Videos auf YouTube sehen. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann lasst mir gerne ein Like da und ein Abo mit der Glocke aktiviert. Verpasst ihr auch zukünftig keine Videos mehr. Dann wir sehen uns. Baba und alles Liebe.